Hey Leute, am 8. und 9. August gibt es am Bärwalder See, südlich von Berlin, unser Kite-Junkie-Testival. Eine Menge Action auf Land und Wasser. Testet das neueste Material von Flysurfer, North, Core, Future Kiting, MBS und weiteren Marken. Eine Menge Fun und Action bei den KLB-Workshops. Wir machen einen Kite-Foil-Workshop, einen Wu-Jump-Contest und wir machen eine KLB-Show. Also, kommt vorbei, testet, probiert es aus und habt Fun. Am 8. und 9. August 2015 am Bärwalder See. Alle weiteren Infos unten in der Videobeschreibung und unter kitejunkie.com. Wir sehen uns. mercury学난 stelle. Diese Kite-Foil-Format wurde auch immer mal betreend. Die Kite-Foil ist in die Kite-Foil plan. Sie in beiden Jahren wurden verändraert,